Durch die Stadt fährt, dass man denn... Ja, Micha ist Bonaparte. Bonaparte ist gleich Micha. Ähm, wenn ich mit Rana durch Los Santos fahre, ob ich da irgendwelche Dialogungen mitlesen soll. Das wäre nur noch ein Rätsel. Ich kann sowas nicht. So, bist du Freund oder Feind? Ein Freund. Ich glaube, Micha war dort nur Spaß. Das war ja letztens die Frage. Ach stimmt, richtig. Ich bin auf dem Server. Ja, ich glaube, wenn ich den Bot umnennen kann, dann nenne ich ihn Max-Bot auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Ah, vielen Dank. Ah, du weißt ja, da ist gerade niemand. Also ich... Stammzuschauerschaft. Nix Neues, glaube ich. Kannst gerne mal schauen. Ansonsten, wenn ich mich täusche, begrüße ich natürlich alle Neuen. Aber nein. Richtig, genau. Alle Nicht-Fitch-Nutzer. Äh, ist das nicht die gleiche Zeit wie in Österreich jetzt? Also jetzt ist es bei uns gerade... 18.39 Uhr. 18.39 Uhr. Ist doch eigentlich die selbe Zeitzone doch. Ja. Dreamwitch ist noch ein bisschen... Ach so, was ist ja... Ein bisschen entfernt. Was? Atomuhr? Atomuhr, ja. Auf jeden. So, ich lasse mir Zeit, weil wir auch die Zeit haben. Wir spielen jetzt ja eh jede Woche. Übrigens freue ich mich sehr, wenn das Spiel vorbei ist, aber auch viele andere schöne Spiele. Das glaubt ihr alles da nicht. Oh Gott, die labern mir die Ohren voll, ey. Das ist ja nicht mehr schön. Ja, siehste, sag ich doch. Was mir schön ist, wenn wir jetzt angekommen sind in Amadello, dann lässt sie uns einfach stehen und wir dürfen wieder nach Hause laufen oder reiten. Weil dann ist die Klutsche weg und sie ist auch weg. Wir räumen hier nur den Scheiß ihren... äh, den Frauen ihren Scheiß hinterher. Alles wie immer. Alles wie immer. Wie in RL, Leute. Nein, Quatsch. Hä? Hallo. Hallo. Nein, Quitschi. Quitschi, Quatschi. Ach Gott. Alles klar, Hermes prankt uns mal ganz hart im Stream. Ach Hermes, it's a prank. Oh, da sind wir schon einmal der Lauf. Präm sein. Brav, Ferdi. Du trägst den Hund, der da langrennt, den ich kenne? Ja. Ja. Einweder sind es Hunde oder Toyoten, das sind meistens Toyoten, glaube ich, tatsächlich. Vorsicht! People! Bitte? Ich glaube, in der Stadt sind es eher Hunde als Toyoten. Was hast du denn? Ja, der will nicht wenden. Ist ja auch eine Kutsche und kein LKW. Hallo, Gleichi! Ich heiße nicht Johannes, aber hallo! Ja, schon recht, Schatz. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du wieder da bist, Gleichi. Freut mich. Ja, wir waren da schon tausendmal. Oh, Jonas. Ich weiß, wie Armadillo aussieht, Bonny. Die wichtigste Sache für dich ist, dass du dich mit dem Dr. John-Kartner herkommst. Oh, Medizin! Ich werde es einparken, ja. Das ist mit den Pferden, glaube ich, unmöglich in dem Spiel. Was ist das auf Englisch? General Store. Meinte sie gerade zu mir. Irgendwie klingt das cooler als Gemischtwarenladen. Heute werden wir nur die Kiosk sagen, aber... Gemischtwarenladen. So, Doktor. Oh, einmal eine große Stufe genommen. Sprich mit dem Arzt und schnall ihn ab. Nein, kauf Medizin natürlich. Gratis. Alles klar, er hat nur eins da. Tschö, Mediö. Das war die Quest des Jahrhunderts. Child Chaplin, ja. Äh, was? Ach, das ist mein... Hier kann ich mein Inventar einsehen. Alles klar. Hast du keinen Pferd für John-Kartner? Nee, habe ich nicht. So, jetzt mieten wir Bonny vor dem General Store. Ja, okay, wir waren halt schon fast vorm Tod. Wie wir gerade oben links lesen. Schon öfters mal. Öfters, ja, stimmt allerdings. Ja, ja, lass mich einfach stehen. Komm, hau ab. Ich glaube, sie hat's mehr nötig, der Rettet zu werden als wir, aber... Ich bin mal was ganz anderes nötig. Alles klar. Ah ja, okay, jetzt fahren nach Post-Rutschen. Ich muss aber nicht selbst reiten. Das ist sehr freundlich. Ja, der Muck streamt manchmal, glaube ich. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie streamen sehen, leider. Was ist denn hier los? Da können wir sich welche. Mit dem Messer. Also, eine Frau wird gerade erschrocken. Echt? Oh, hat ein bisschen spät geschaltet, aber... Lebt sie noch? Ne. Oh, das ist ja doof. Bisschen spät ist gut. Ja, ich habe mich ganz... Nicht ganz gecheckt. Sorry. Ich dachte, blaue Punte wären lieb. Deswegen war ich halt ein bisschen irritiert, was hier passiert ist. Das ist ein blaues Haus. Das ist kein Punkt. Ja, aber davor war eben ein blauer Punt. Und das war hier... Die Arme Truller-Armes. Ja, hätten so einen roten Punt machen, wenn ich nicht gewusst. Dass ich Mann und Frau erschieße. Nein, Quatsch. Ja. Aber dafür betreibt der MagSlide einen sehr ansinnlichen YouTube-Kanal. Okay, wir schauen uns mal. Ist da ein Waffenladen? Ja, ne? Das ist Ammunation sozusagen. Gunsmith. Der Waffenschmidt. War mutlich nicht hier. Wahrscheinlich auch springen. La. Fallschaden des Todes, aber... Überlebt ist überlebt. Na? Büchsenmacher heißt es, genau. Patronendurt. 125. Gut, denn das kann ich mir nicht leisten. Der sieht auch aus wie... Keine Ahnung. Ein komischer Mensch. Gut, ja. Hier waren wir ja schon tausendmal. Where the fuck is Ferdi? Da. Ferdi. Ja, aber Ferdi ist so schön. Schau es dir an. Es hat voll die Muskeln. Mein stattliches Ross. So, B oder W? Bei W waren wir noch nicht. Von daher würde ich sagen. Fahren wir zu... Ich weiß nicht, steht Will für Williamson? Na, B ist Bonnie. Nigel West-Diggins. Okay, ja, B. Aber W dachte ich halt nicht. Ja, Max hat halt viel zu tun immer. Ritsch-ditsch. Hat sie gemacht. Ritsch-ditsch. Jonas reitet sehr gerne. Ja. Lass ich jetzt mal unkommentiert haben. Äh, Max. Alle beide. Alle beide. Ruhe. Oder oben kreisen wieder mal die Geier. Oder ein Geier. Ich find's so healthy schöner, muss ich ehrlich sagen. Aber man zieht wenigstens Rad. Ja, ne? Ding. Wie auch immer jetzt, äh, so ein Glotten-Pling. Er macht es schnell. Sehr schnell und gerne so. Alles klar. Moment, ich muss da land, glaub ich. Hier ist ja wieder ein Kräuterchen. Das tut mir sehr leid. Ich hab so versaute Stammzuschauer, ey. Ist ja unfassbar. Das liegt daran, dass du selber versaut bist. Bitte? Ich glaube, das liegt aber dran, dass du selber versaut bist. Das glaub ich nicht. Doch, doch. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Ich und versaut, hallo? Niemals. Ich weiß nicht. Na gut, du musst es ja wissen. Aber das sind Themen, die wir nicht, äh, hier ansprechen wollen. Können wir mal eine Talkrunde machen. Oder so. Jetzt müssen wir mal mein Handy nehmen, bitte. Und mal Gmail aufrufen. Schauen, ob schon irgendjemand irgendwas getan hat heute im Stream. Außer in den Chat geschrieben. Ja, du hast auch noch eine... Aha. Oh, Trinkdienuss, der Celle. Schliiief. Warum? Ja, der TS-Freak folgt dir. Ach, nett. Vielen Dank, TS-Freak. Und ansonsten sind da ganz viele Leute live. Der alter Schwindler-Blues. Dankeschön, Maxite für den Host. Vielen, vielen Dank. Wieder mal. Aber wenn du das hören möchtest, ist es so lustig. Ja, blöd dich hoch, ey, sag ich da nur. Just sit up straight. Herzchen, wuh, streamenliebe. Ah, und der stirbt nebenbei, oder was? Alter, was mach ich denn hier? Der stirbt gleich richtig, wenn du so weiter machst. Hä? Der stirbt gleich richtig, wenn du so weiter machst. Ja, ich hab nur noch zu lesen, was da oben steht. Der stirbt unter dem oberen Bildschirmrand angezeigt, ja. Nicht sterben, West. North West. Seine Lebenskraft nimmt ab, wenn er verletzt wird, wenn die Kutsche vom Weg abkommt oder mit Hindernissen zusammenstößt. Fahr vorsichtig. Ja, da sind böse Menschen hinter uns jetzt her. Ist natürlich auch ganz nice. Ich hoffe, ich werde die los. Den ganzen Tag nur erreicht, fällt wegs... Äh, fällt da durch eine Tutsche. Tutsche. Kutsche. Ja. Die Leute hinter dir sind ein bisschen unfaktisch. Ja, nur ich kann nicht nach... Na geradeaus fahren, nach hinten schießen. Naja. Ah. Ah. Ne, das lobby auch nicht. Ich bin ja auch schon fast tot. Okay, nice. Ich hoffe, dass man die einzigen Nieren stören, aber ich glaube es fast nicht. Wir müssen uns trotzdem immer noch beeilen, weil er weiterhin dein Leben abnimmt. Weißt du? Oder das Pferd vibriert. Nein, armer Mann. Ich bin doch fast da. Fick dich. Du bist am Anfang zu weit von der Straße aufgefahren und ein paar Mal zu auf Gegenstein gefahren. Ja. Das mag sein. Natürlich von ganz von vorne. Als wäre es nix. GG. GG. Ja. Schöne Scheiße. Hä? Schöne Scheiße. Einfach ist es nicht, ne? Okay, noch ist alles easy. Ja, fährt. Entspann dich. Alles ist gut. Wir haben überhaupt keinen Zeitstress oder so. Ja. Fährt. Das war ja Stein Nummer 1 heute. Und die Fähr sind wieder am Arsch. Wir werden weiterhin dick angeschossen. Oh, nicht zu sehen. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oh, Englisch. Jetzt ist die Dschreiben angebracht. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin dein Mann. Puh. Schick. Haben wir sowas auch mal gemacht. Ich könnte das weiter, äh, weiter, New Austin weiter ertunen. Ist das hier das Land oder was? Ich glaube, schau mal, das ist der arme Dillowalooch. Nee, das ist nicht Charlie, das ist ein Charlie-Verschnitt. Äh, das letzte, das letzte, das Freizeichen war doof. Schau mal, was das Freizeichen zu bedeuten hat. Ja, Demokratie ist überall, auch schon im Wilden Westen. Der wird so die Frau zu entführen. Der nächste Ton ist vom Chef, aber auch ein bisschen asozial, ne? Suche nach der Frau am Henning-Watt. Das ist, glaube ich, mein Pferd. Haben wir irgendeinen Anhaltspunkt?